Hallo liebe Zuschauer wir sind wieder zurück die Aldi Rüder und wir hauen Statuen zu Brei so von uns hört man auch noch mal was ja ja hi willkommen zurück bei den Aldi Brüdern und so ganz toll ja wir hatten eine kurze Pause ein paar Tage und Dennis kann mal gerade die Remote in der Hand halten weil ich noch den Timer einstelle ja freu dich doch mal kannst auch mal ein bisschen umspielen Geh mal zurück zum Wasser drachen achte ich erwarte fang die Käfer in der Pfanne ein paar Käfer für ein Reich war auch okay ein ich hab zwei Käfer gefangen so oder niemals das keine zwei Käfer gefangen habe ich zu kämpfen als ob Kölnösen ich habe es zu kämpfen was die Platz getreten Prozent sind abgehauen die Niederholz hatten keine Lust mit mir zu spielen so sagt man Käfer ich habe gesagt komm ich zeige euch einen richtigen 3 ein richtigen Dingens ein richtiger und sie sind nicht mitgekommen du Pädophiles Arschloch ey ich stehe auf Grillen dieses Gezirpe gab es hier noch was so ja ja ich schon meine Kunden zu haben wir haben jetzt den Schnellen Käfer ja der fliegt jetzt schon mal Niemann fliegt jetzt mit einer Mondgeschwindigkeit hier oben in Art Fakt und da vorne ist unser Lieblingsaltern ein Bernstein ohne ihn geht es hat nicht und ich hoffe um die Riecht nicht dass wir ein bisschen getränken 9 und das riecht man schon nein wir haben es im die Bieter die Batterieleister der Hörer 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 damit hätten wir das schon mal für heute geklärt genau auch immer ein Witz die Witzigerfahrt unsere Nesquist die Beutel die Leisung hat nachgelassen die Leute ich habe etwas zu berichten die Batterieleistern das denkt man was kommt jetzt so hey du Spaß ich habe heiliges Wasser für dich oh das ist ja ohne Zweifel heiliges Wasser schnell schütte es in meinen Behälter ja und in dem Moment kippt sich Manuel auch was in seinen Behälter ha 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 ordentlich die Kante gegeben jetzt taucht er ab er ich glaube ich sollte den Sound was leichter machen ihm scheint es gut zu gehen okay eine Frage wie passt so ein kleines Ding in so ein äh ein so ein großes Ding in so ein kleines Fass das ist eine sehr interessante Frage sollten wir mal klären oh meine Kraft ist zurück ha 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 sieh hin dies ist meine wahre Gestalt und die Musik ist irgendwie auch relativ eindrucksvoll voll eindrucksvoll so vogelgezwitscher vor dir steht der Wasser Drache Phyron im Namen der Göttin Hüterin des Landes und des Feuers und des Lichts du hast mir das heilige Wasser gebracht Menschenkind mir scheint es war nicht nur Zufall dass dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast der sieht ja scheiße aus wie ich versprochen werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen folge mir jawohl ich werde dir folgen okay mein Gebieter ich folge dir auf Schritt und Tritt der kann auch schweben ne für das er ein Wasserdrache ist ja ja sieh der teilt jetzt das Wasser mhm jeli jeli mhm mhm bumm bumm wow wow das will ich auch können okay dit 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 hier findest du die heilige Flamme Punkt obwohl der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte konnten sich dort trotz den Kreaturen des Bösen einmisten die konnten auch tauchen du Vollpfosten jedoch sollte das für einen von deiner Göttin aus der Welt kein Hindernis sein ich bin sicher dass wir beide uns wiedersehen werden aber sei bitte dennoch vorsichtig ja okay bis bald oder auch nicht das ist ein Wasserdrachen kann fliegen natürlich Drachen kann fliegen die Erscher aufliegen Schule auf die Fresse und ich bin kein Drache also wer sagt denn auch wo ein Fuhfuhu Robine Rubine okay du fix die Rubine ich nehme sie genau ja das ist immer nur lustig was nein okay nochmal tauchen ist das nicht schwer nochmal üben so und jetzt dann eben fuu 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 da Mann jetzt hat der ein Wasserfall weggemacht aber mir keine Brücke gebaut ja endlich okay Zeit in diesen Tempel zu gehen okay jetzt können wir eine Katze ziehen wer hätte es gedacht es tropft Prost 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 Manuel also hm ah komm ich tue mal warte für meine Gesundheit ne ja ja Alkohol reinigt den Hals der Buddha Höhlenheiligtum wow Leute da 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 und äh die das ein neuer Gegnertyp und da wir den nur mal besiegt haben ist eine nähere Analyse und nie möglich ha 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 Dankeschön so okay hm 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 da vorne ist zu das ist nicht gut ne weil da auch schon Schenkino drum sitzt ein Stein ein Stein die Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten dieses Landes zuerst den Nacken ah als nächstes den Rücken dann den rechten Handrücken und den linken Handrücken oh und schon muss Dennis ins Krankenhaus ja okay was warte das das hatte das hatte garantiert irgendwas ich hab ne Idee du hast zuerst den Hals also ist hinten auf der Statue was weil hier ist ne Hand das heißt du musst gleich irgendwas an der Hand machen pfu aua ich würde nur das Geld haben ha 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 du Idiot ich bin dafür wenn wir hinter die Statue gehen ja Moment das ist ein bisschen anders gemeint hier ha 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 du blöder Idiot ich hab dir allein Geld geklaut das wir die Bombenfische alle kennen sie werden lieben sie und da ist ein Dauerglücker ich habe eine Art Erwahrung lässt kann man die Augen nicht mitnehmen das war glücker und mir geht die Luft ein Platz ja da 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 ja jetzt so ein Dennis hier so ein paar Melodien ja ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen fällten irgendwie ein oh länger so anderthalb bis zwei Wochen das ist länger für mich ist es länger nötig ich hätte eigentlich schon gerne wieder vorher offen aber ging ja nicht ich glaube von da bin ich gekommen ja wohl und so los gekommen gesagt ja die uhr aufziehen das war jetzt der härteste kampf die können sich ja wusstest du das nicht weil die sollen sich mal so schnell töten dass die ganze Zeit haben sich wieder zu verbinden da waren da waren da 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 na ja ja da war scheiße rum das sieht aus wie Kuchenstücke komme ich nicht weiter vielleicht bekommt man es ja hier wer weiß so ähm klettern wir hier mal drauf und was passiert Türe ist offen wer hätte es gedacht Tor genau und jetzt häp ey irgendwie irgendjemand hilft ihm doch wenn er die Türen hoch zieht die gehen auf einmal immer so schnell hoch ok willst du oder willst du nicht ok er will wow oh ich glaube ich hätte nicht von so weit oben drauf springen dürfen ist das jetzt gut oder von den Stacheln sollte ich mich fernhalten ah ich weiß du machst du was im echten Leben nicht ich springe einfach rein du haust dir auch mal gerne ein Beil ins Bein ne ja hab ich schon gemacht aber voll an der Seite von der Kniescheibe ah eine E-Mail oh mein Gott eine Spinne ich hab mich voll erschrocken oh mein Gott 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 kann ich noch eine kann man nicht abschließen ne 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 wir sind ja gepanzert ich glaub wenn man irgendwie starke Geschutze hättet hättet dann hättet dann äh panzerdurchsprechende Nuss Munition bum ja so in der Art ok da ist wieder geschehen nein na hin trifft die vier Steine wie es die Sitten dieses Landes verlangen und der Weg öffnet sich also wie war das erst den Nacken ist oben ja dann den Rücken ist wohl unten dann den rechten Handrücken also rechts rechter Handrücken was fu probieren wir es mal nö andersrum der Rücken ist ja gefragt der rechte Handrücken ich weiß nicht wie der Ding seine Hände hält aber ist ja auch egal auf jeden Fall scheint hier irgendwas Großes zu sein weil sonst wäre das nicht so abgesichert das heißt ich muss irgendwas iiii iiii das sieht aus wie ein großes Laboratorium los mein Käfer führte sie diese Beschleunigungsfunktion ist richtig geil Nitro wenn man dann trifft aber der ist schon geil der Käfer meiner Meinung nach das beste neue Item in Zelda Skyward Sword hat nein schon das ist ja fast wie eine Drohne ist voll cool da da und jetzt testen wir mal die neue Streuschleuder aus hä hier war noch irgendwo was irgendwo war hier was nö da war nichts puh ich wollte doch mal eine tolle Schleuder austesten na gut dann halt nicht dann muss das halt noch was warten haben wir hier oben nix also springen wir wieder runter nein ich wollte doch hä ach so ich muss sowieso auf das Teil dahinten springen wenn du jetzt du weißt jetzt nicht was ich meine oder nö das ist ganz einfach ich muss hier drauf springen damit sich das umdreht weil darunter ist ein Weg da sind Diamanten ich glaub da gehts auch weiter oder? äh ja da gehts weiter ja und da links war nämlich auch noch einer da mhm also ich würde unter Wasser niemals in so ein Ding rein tauchen was für ein Ding in so einem Gang ja ja ah Gott Jolion ja schon danke kannst du unter Wasser ein Schwert nicht ziehen ne 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 wenn ich sowas hätte womit ich unter Wasser auch fest im Grund stehen könnte weißt du dann könnte ich das aber sowas gibt es nicht und ich hör wieder ein Pips in meiner Uhr gibt es nicht oder gibt es noch nicht 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 gar nicht nicht ne hier nicht scheine ja regt dich nicht regt euch nicht über das Piepsen der Uhr auf in einer Minute sollte es vorbei sein in einer Minute ist vorbei ja bis dahin tötig die Uhr so okay dann haben wir hier einen roten Rubin das ist toll und jetzt gehen wir da lang ganz genau ganz genau dumm tada ich würde sagen nach oben ja oder zu sein lang was was du passt das auch nie richtig ab mit dem scheiß sprung so hier noch was ich denke nicht nein und die Uhr hat aufgehört das ist schön und und was wird in dieser kiste drin sein ich habe eine vermutung aber ich weiß es nicht genau und was ist drin was ist drin irgendwas schönes und wir haben schlüssel bekommen wundervoll weißt du noch die verschlossene Tür am Anfang in der Mitte ganz genau du weißt wo wir jetzt hin müssen oder äh ja ja ach hier sind wir ja wir sind wieder zurück also hab da ist wieder so ne und auf und zu so also gehen wir wieder zurück jetzt geben wir mal Dennis die Controller oder? oh mein Gott ich hätte so was für ein zerstört damit er wieder schön brav zurück in die Mitte geht und zwar geht er jetzt schon mal in die Mitte und dann im nächsten Part geht es weiter also weil ich man ich lauf ich lauf ich lauf lauf ja ok ist gut so und im nächsten Part von The Legend of Zelda Skyward Sword werden wir dann diese Tür hier öffnen und gucken was dahinter ist genau also bis denn und tschüss der das ist das ist das ich Vielen Dank.